Hey, what's up guys? Wir spielen TG Chaos Agents Duality, weil ich Track habe, sonst würde ich ganz klar auf Zen Mains gehen Warwolf Ganz klar Warwolf Set Yo, machen wir so Gishki Chain Na komm, zeig mal was Ok, Aquamero Finde ich auch, Gishki Chain ist eine sehr schöne Ritual, eine Ritual Support Karte im Allgemeinen Weil es ist nicht auf Gishkis beschränkt Das ist, das muss man ja sagen, dass es nice ist Ok Ok Yes Ok, das heißt er spielt keine Fallen Ja, Warwolf, gerne Was hat er auf dem Feld Könnte ich mit Rhino überrennen Und der andere Ne, das ist eher ein anderes Problem Striker Ok Andere Track habe ich leider gerade nicht Aber ok Sollte ja eigentlich nicht das Problem sein Sollte ja eigentlich nicht das Problem sein Und wir setten nur die Lands und nicht Earth Oder vielmehr Normal, nicht Earth Natürlich Aquamero F Das Deck hat einfach so viele Möglichkeiten sich seine zwei Schlüsselkarten ranzuholen Sprich die Ritual und Ähm Mach mal Sprich die Ritual und Die Ritual zaubern Das entsprechende Monster Oder generell, weil die haben ja Mit dem Aquamero haben sie so viele Möglichkeiten Wie sie ihre Wie sie ihr Zeugs recyceln können Und das ist unglaublich Jo Mach mal Siegel Gigas Was? Der zielt nicht? Ich hab ihn noch gar nicht gewusst Okay Der ist ein bisschen zu spät Mach selber Ah Ah Das ist ein bisschen zu spät Mach selber Da geht's Ah Das ist ein bisschen zu spät Das ist ein bisschen zu spät Wenn wir hier Das ist das Den Okay, Catastro Wer es nicht weiß, da der Turbus durch Tour Guide kam Kann ja logischerweise nicht für eine Sync benutzt werden Just saying Oh, das macht sogar Sinn Ah, das hab ich ja noch gar nicht gesehen Flächerlich, gleich wieder 6 Handkarten nach Okay Negiert der wenigstens? Dieser Dreck hier, der negiert den noch nicht mal Ja 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 Tausend, okay Tja Und nun? Ich will wenigstens, selbst wenn's ein Ritual Turbo ist Wenigstens Äh Ein Extra machen Um ganz ehrlich zu sein Hm Was nehmen wir denn? Nichts was Sinn macht Stryker Doch ich hätte Tour Guide nehmen sollen, verdammt Ich hab's vercheckt Spielfehler Spielfehler Doesn't matter Ah Hab ich ein Ne Hm, okay Kann ich so quillen Machen wir mal Na Ich hätte gerne ne Ne Venus Wär das im Bereich des Möglichen Dankeschön Okay Okay Jo Jo Müssen wir das Müssen wir das mal so machen Also das finde ich ne interessante Tag Ich glaub Reck Ich kenn mich zwar nicht mit Gishis sonderlich gut aus Aber Reckless Das sieht man da nicht so häufig Okay, gut Da go Zumindest kann er jetzt nicht specialen in dem Zug Keh Kaas K04 K04 Das ist ne Turbo bei ihr Andere schätze ich mal oder? Oder bin ich da grad falsch? Bin ich da Falsch? Wir könnten... Ne, wir gehen auf... Wir gehen mit Venus. Und hier. Deck, die Death Brows entfernen. Den Shine Ball, den ich auf der Hand habe, lasse ich erstmal da. Weil ich nicht unbedingt noch weniger Life Points brauche, weil das wird langsam schon knapp. Es sei denn, ich ziehe noch eine Earth nach. Das wäre dann natürlich eine andere Geschichte. Er wird da den Decree hinten liegen haben. Na, hat er was? Okay, da kommt definitiv kein Ritual. Ich denke mal... Reckless oder... Die Ritual? Wird er sich wohl nehmen? Auf das Kartkar kann er wahrscheinlich verzichten. Oder? Okay, die Ritual. Keine Special, Bro. Okay, Gishki Chain, um noch ein bisschen Dex-Sinning zu betreiben. Eventuell. Ich finde die echt gut. Und wenn ich das hier so sehe, dann habe ich wieder Bock auf einen Relinquished-Deck zu bauen. Weil Gishkis sind nicht so meins, aber Relinquished finde ich doch schon ganz interessant. Okay, end. Duallity. Duallity. VRS. Wehrwolf. VRS. Because he is believed to be broken. Das sind genau 2000 dann. Wenn nichts kommt. Okay. Also wirklich sehr interessantes Deck. Und ich hatte mal gehört, Gishkis können nicht mithalten. Also da muss ich sagen, können sehr wohl mithalten. Und solche Geschichten wie ins Deck zurückmischen. Zum Beispiel ein Xanmanes oder ein Gachi tut schon weh. Finde ich zumindest. Sehr interessante Sache. Also es hat was. Könnte man sich auf jeden Fall mal angucken. Es ist nicht meins. Wenn ihr drauf besteht, kann ich mich mal dran wagen. Aber ja. Sonst so aus freien Stücken würde ich nicht spielen. Aber ich kann es probieren. Nur wenn ihr drauf besteht. Just saying. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Das war TG Chaos Agents. Bis dann und ciao.